Grüß euch, mein Name ist Philipp Hofer, ich bin nächstes Jahr Klassenvorstand von der 1A der Informatikklasse und ich will euch jetzt sagen, was wäre die nächsten vier Jahre bei uns zu machen. Aber am besten, wir gehen einmal gemeinsam rein. Was erwartet dich in der Informatikklasse der Mittelschule Kitzbühel? Wenn ihr Informatik als Schwerpunkt wählt, habt ihr in allen Jahrgängen das Zusatzfach Informatik extra. Insgesamt dürft ihr also mit dieser zusätzlichen Stunde deutlich mehr Zeit im Computeraum verbringen als die Regelklasse. Was passiert in diesen Stunden? Ihr lernt natürlich zunächst die Grundlagen in den Office-Programmen Word, Powerpoint und Excel kennen. Aber wir lassen natürlich auch die kreativen Bereiche nicht aus. Dazu zählen das Zeichnen am Computer, die Bildbearbeitung und das Erstellen von Videos. Ja, neben der Bearbeitung von Bildern, wie ihr hier sehen könnt, werden wir uns aber auch mit Videos beschäftigen. Wir erstellen solche Wisch-Videos, wie ihr gerade gesehen habt, oder Green-Screen-Videos, wo man einfach den Hintergrund ändern kann. Aber auch 360-Grad-Videos oder solche Trick-Videos, wie zum Beispiel hier seht. Unser großes Ziel ist es aber, dass ihr beginnt, die vielfältigen und verschachtelten Vorgänge im Inneren eines Computers zu durchschauen. So werden wir in der Schule zum Beispiel Spiele programmieren oder mit dem Microbit arbeiten. Ein Mini-PC, mit dem der Einstieg in die Welt des Programmierens besonders viel Spaß macht. Ein ganz beliebtes Projekt ist auch die Arbeit mit unseren Lego-Mindstorms-Robotern. Als Zusatzprojekte bieten wir auch den Einblick in Technologien der Zukunft, wie zum Beispiel dem Laser-Cutten oder dem 3D-Drucker an. ECDL. Im Schwerpunkt Informatik gibt es auch die Möglichkeit, den Europäischen Computerführerschein zu erwerben. Dieses standardisierte Zertifikat ist in ganz Europa gültig und bietet am Ende der Schullaufbahn an der Mittelschule Kitzbühel einen Nachweis der Informatikgrundkenntnisse und Fertigkeit. Bei Fragen melde dich einfach bei uns. Wir freuen uns über deine Anmeldung. Bis zum nächsten Mal.